So, alles klar, Vorsicht bitte an der Fahrbahn, zurücktreten hinter der Runde, in Sicherheitslinie gestartet und es geht los. Los, Arte, ja, aber sowas vor. Und los geht's. Ja, Tränen, ich muss laut trägen, sonst haben wir ein Problem. Erlena ist das Schlimmste. Salze! Toh-loh-loh! 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 Das war's für mich. Das ist so sehr, sehr nett. Das ist so sehr nett. Das ist so sehr nett. Wuhu! Jawoll Freunde, das ist der richtige Rhythmus und der richtige Schammein. Wuhu! Ja, drehen wir noch mal auf. Lehen wir noch mal los hier. Was haben Sie da? Wuhu! 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 So, dann komm schon, jetzt werden wir zu der Geiz, weil ihr so gut seid, geht's noch eine Extra-Runde. Für meine Gäste immer noch das Beste, jetzt aber die letzte, die schnellste. Komm schon! Okay. Wooh! Seid schon geht, oder? Lenz ohne eine Sekunde! Wenn ihr noch nichts mehr an der Schnucks... Das ist so geil! Das ist so geil! Oh, I love you!